Liebe Freunde, liebe Zuseher, wahrscheinlich werden Sie schon bemerkt haben, dass mein viral gegangenes Video von YouTube wegen medizinischer Fehlinformationen gelöscht wurde. Ich bin von zahlreichen Menschen gefragt worden, ob man dieses Video noch irgendwo aufrufen kann. Und ja, man kann es. Ich bin mit meinem Kanal auf den Anbieter Odyssee übersiedelt und stelle dieses Video und alle folgenden Videos dann dort auf diesem Kanal zur Verfügung. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Bitte bleiben Sie auch auf YouTube. Ich werde in YouTube immer kleine Ankündigungsvideos machen, wenn ein neues Video für Sie zur Verfügung steht. Inzwischen bleiben Sie stark, geben Sie nicht nach und Gottes Segen.